Die Serie Girls von und mit Lina Dunham ist gerade in aller Munde und das nicht nur, weil sie zwei Golden Globes abgeräumt hat und gerade um eine dritte Staffel verlängert wurde. Es geht um Liebe, Freundschaft, das Leben von Mitzwanzigern. Und das alles ganz unverblümt, nackt, glanzlos. Hinter den Kulissen wirkt auch dieser Herr mit, Judd Apatow, der zurzeit mit seinem Film This Is 40 gut in den Kinocharts vertreten ist und sehr gerne mit Lina zusammenarbeitet. Die gegenseitigen Ratschläge haben gewirkt, auch die zweite Staffel überzeugt. Die gegenseitigen Ratschläge haben gewirkt, auch die zweite Staffel überzeugt. Die zweite Staffel kam wirklich gut. Ich denke, sie hat viele Chancen genommen. Die zweite Staffel ist sogar besser als die erste Staffel. Sie hat gerade in den USA angefangen. Und wir schreiben die dritte Staffel. Es ist eine Erfahrung, die ich noch nie hatte, weil meistens meine Filme getrennt werden. Ich habe noch nie eine Show, wo ich dachte, oh mein Gott, wir werden das für sechs oder sieben Jahre machen. Jetzt müssen wir wirklich herausfinden, wie wir die Geschichte der 20 Jahre her. Egal was mit Hannah passiert, wir sind gespannt und wollen wissen, wie stehen eigentlich die Chancen für eine Serien namens Boys. Ich habe über das gedacht. Ich habe über das gedacht, ob ich einfach das Mädchen-Show mache. Aber ich bin zufrieden. Vielleicht ein Tag können wir das machen. Übrigens, Girls-Fans in Deutschland müssen bis zur zweiten Staffel noch etwas ausharren. Die wird erst ab 15. Mai als deutsche TV-Premiere bei Glitz ausgestrahlt. Aber wir haben es nämlich ein Datejet-Löser über wie viel so. Be tollen Sie den Tag zu haben und mir bei euch diesen Text beizragen. Ja machen Sie den Tag. Aber wir schauen dir. Und Joker-Tut. �